Das ist K-Joke. Bei der Sportart geht es darum, als Letzter auf dem Land stehen zu bleiben. Das ist diese Plattform in der Mitte des Beckens. Man darf die Gegnerinnen ausschließlich mit dem Händler oder den Brüsten berühren. Wer im Wasser langt oder mit den Händen das Land berührt, scheidet auf. Das ist ja der Wahnsinn! Bald bin ich mit der Schule fertig. Und dann werde ich K-Joke Kämpferin! Wollt ihr gewinnen, müsst ihr beim Hintern beginnen. Los geht's! Training beginnt! Brust und Hintern bilden fast 30% der Körpermasse. Willkommen im Popologieunterricht! Aktiviert! Das war's für dich! Gegen meinen Busen hast du keine Chance! Eindrucksvoll. Das wird interessant. Wieso willst du das unbedingt lernen? Ich möchte mit Hilfe dieser Attacke eine Rekordpreisgeldgewinnerin werden. Eindrucksvoll ist der Wahnsinn!